Hallo Freunde der Maul-Trommel, so sieht eine Maul-Trommel aus, ich wünsche allen ein frohes neues Jahr, IP New Year 2009 und ja, ich spiele einfach mal ein bisschen was auf diesem kleinen Instrument, es ist ein sehr altes Instrument und ich bin immer wieder beeindruckt, was man mit diesem kleinen Instrument so an Tönen produzieren kann. Hört einfach mal her. Ich kann mich nicht irgendwie, ich bin immer wieder beeindruckt, was ich bin immer wieder und ich bin immer wieder beeindruckt, was man mit dem Wasser haben, die Sonnen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020